hallo komm rein nimm platz in unserer runde mach es dir gemütlich ich bin die mama von maple und ich bin sparspielsüchtig wir spielen heute die woche 27 im sommerbinder und dürfen 50 euro verzocken die machen uns jetzt erstmal klein weil das haben wir ja alles erst einmal gespielt und da ist nicht wirklich viel wechselgeld drin und 15 15 20 25 30 30 35 wir machen mehr einer 25 37 39 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ich habe wieder einer weil ich habe in allen möglichen bein dann versucht klein zu wechseln so die 50 euro kommen in den tresor packen uns das geld bereit damit es nicht rum fliegt vielleicht kommen wir dann auch demnächst nicht mehr so oft durcheinander wir beginnen mit der caribbean vacation und da dürfen wir erst mal würfeln der ist karibisch blau eine drei genau so rum gehen wir 123 sind vier euro sparen das machen wir nicht die schreiben wir auf dann dürfen noch mal 6 123 456 dass der sonnenschirm heute bist du richtig faul und liegst nur in der sonne also ruhe dich aus und spare nichts nee das wollen wir ja auch nicht nochmal eine 4 1 2 3 4 ist der seestern und der sagt du hast ein seestern gefunden jetzt darfst du dir was wünschen entweder würfel noch einmal oder spare drei euro machen nochmal eine 6 1 2 3 4 5 6 da kommen auf den cocktail und dann dürfen wir doch bestimmt was auf unserer karte machen wer mag denn keine cocktails wie viel alkohol verträgst du schau nach welcher nach deinem geschmack ist das ist dann nämlich hier die rückseite und dann würde ich sagen nehmen wir die vier mit und nehmen dann so ein 3 euro cocktail den haben wir zweimal oder oder sechs oder den 6er und sparen 10 dann haben wir aber direkt so viel geld weg ne das haben wir ja letzte woche haben wir nur 1 euro reingetan kommt dann tun wir da jetzt den 6 euro cocktail nehmen und sparen hier 10 euro rein das heißt wir müssen hier aber auch da habe ich schon ein bisschen brillis rausgelegt können wir hier die 6 abkleben wir sind schon in der kw 28 hatte ich 27 gesagt 28 sind wir schon so da haben wir gesagt ja gut ich hätte jetzt eher einen für fünf den gibt es aber nicht nehmen können dann wären wir hier in den dingen gerade gewesen jetzt haben wir 10 das heißt wir haben 11 euro dann gehen wir weiter zum spar dich durchs jahr da habe ich ja zwei challenges einmal von der budget wolke ein 1 und wir dürfen hier auf der kleinen rubbeln 5 das heißt zusammen sparen wir jetzt 6 euro kw 28 6 sind 42 50 ne irgendwas zu wechseln bringt nichts also haben wir einen fünfer und ein einer saugen wir mal eben hier weg die fussel mit dem fussel und dann kommt die tilly mit ihren freunden da machen wir auch ein bisschen mehr und nehmen die quersumme am ende können wir ruhig das blau behalten eine 1 wären 3 euro eine 6 1 2 3 4 5 6 ist der krake dank dank kesper sind alle ihre aufgaben blitz schnell erledigt zum dank besorgt sie für ihn fünf muscheln besorgt sie ihm für fünf muscheln etwas zum naschen so 5 euro also 6 1 2 3 4 5 6 dann haben wir den wahl in willis windschatten schwimmt es sich gleich doppelt so schnell würfel und spare die doppelte augenzahl 5 wären 10 eine 1 da sind wir auf der 2 und eine 4 1 2 wir waren auf der 2 1 2 3 4 2 euro noch mal Und wir sind über Start nochmal gekommen, dann ist jetzt auch Feierabend, sind 3 und 5 sind 8, 18, 20, 22, ergibt zusammen Quersumme 4. Ja, 28, 4 sind 11, da können wir aber schon mal wieder was wechseln, dann bestimmt. Das waren Fünfer reintun, einen Einser lassen, obwohl wir können einen echten Einser dann reintun. Und dann kommt die verlorene Perle. Ach, wir können die zweite auch schon nochmal nehmen. Schauen wir hier mal. Eine 4. 1, 2, 3, 4, dann sind wir auf der Schatzkiste. Die bedeutet, wenn du beide Piraten besiegt hast, kannst du dir die Perle holen. Der Schatz ist 10 Euro wert. Ne, wir haben noch gar keine Piraten besiegt, also machen wir da anscheinend noch gar nichts. So. Eine 1. Ne, der Pfeil ist... Der Pfeil geht nur in die Richtung, in die Richtung. Wir gehen jetzt gegen die Einbahnstraße. So, 1. Das ist die Krabbe. Piratenkrabbe Konstanze lässt niemanden an den Schatz. Streu ihr magischen Sand in die Augen und spare einen Euro. Machen wir nochmal, oder... Ne, dann bleiben wir jetzt auch dabei. So, egal. So, ne, wir müssen es ja da auf dem Tracker noch schreiben. KW 28, 1 Euro, 3. So, dann haben wir Budgettürtel, die Finja. Da wollte ich ja erst alles zu Ende erwürfeln und dann, wenn ich das fertig habe, erst die Rubbelfelder machen. Eine 1. Und eine 2. Okay, dann... Machen wir dann jetzt auf einem eine 3. Ja, dann haben wir... Kann man das zwei Monate wenigstens spielen. Machen auf einem eine 3. KW 28, 3, sind 9. Und dann nehmen wir hier einen Zweier und einen Einer. Hier dürfen wir rubbeln. Deswegen brauchen wir die vorige nicht unbedingt schnell zu rubbeln, weil wir dürfen hier ja rubbeln. 1, 4. 1, 4. 2, 4, sind zusammen 6. Und dann machen wir es lieber so. So, das haben wir letzte Woche, glaube ich, extra was Großes gemacht. Wir haben jetzt noch... Aber wir haben noch ein paar Einer. Ich würde sagen, so eine mittlere... Nee, oder eine 3. Wie flammen wir da jetzt drin? 8. Dann lassen wir uns eine 2 nehmen. Die 2 sind im rosanen Teil. Dann ergibt das nämlich zusammen 10. Ich habe zwar keinen 10er, aber 2 Fünfer habe ich noch. Hier ist sogar noch ein Fünfer drin. Machen wir es so. Steinchen sammeln. Da dürfen wir auch was abstreichen. Da haben wir letzte Woche 7 Euro abgestrichen. Mal gucken, ob wir heute eine 3 finden. Da wäre eine. Da wäre auch eine. Na, wer ist die oberen, die wir finden? So. Dann machen wir das hier nämlich genauso. Die 2 raus, den Fünfer rein. Wir sind auch hier bei 10. Und dann bleibt noch unser Puzzle. Moment, wie war das denn jetzt? Genau. Das Puzzle müssen wir schon rausholen. Und dann legen wir mal... Was legen wir an? Gucken wir mal, was wir finden. Ein Puzzleteilchen legen wir auf jeden Fall an. Wie soll es denn aussehen? Steht vor dem Sparpuzzle noch irgendwas? Nee. Da hat es eine Schleife, die könnte man... Aber ich würde eigentlich gerne hier... Ich weiß nicht, ob da schon eine Ecke kommt. Passt mal, irgendeine Schrift kommt hier noch. Oder kam da diese Schildkröte? Oder wir legen... Dann müssen wir zwei sparen. Kommt. Machen wir es so. Und dann haben wir vier Teile. Sonst dauert das auch viel zu lange, bis ich da das richtige Teil finde, was dann da passt. Ich mache mal nächste Woche die Schildkröte weiter. Ich habe 28, zwei Teile, sind vier, sind zwölf. Ich habe eh nur noch Kleingeld. Dann ist das egal. Jetzt riecht das Geld auch nach dem Stinkepuzzle. Uhu. Das riecht jetzt, weil es offen ist, nicht mehr so doll. So, vier. Dann nehmen wir hier die zwei Zweier dafür. Und damit sind wir durch den Bein da durch. Das heißt, wir können noch in irgendeinem Bein da gucken. Und ich meine, wir waren schon ganz lange nicht mehr in meinem Liebesbein da drin. Ich zähle mal eben durch, was wir haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Machen wir das mal als separat hier. Und dann noch eins, zwei, drei. Also 13 Euro können wir das Frühlingspuzzle. Das ist ja nicht für mich ein Frühlingspuzzle. Das ist ja so ein Liebespuzzle, weil das die schönen Farben hat. Ich brauche aber den kleinen. 13, machen wir ruhig hier die vier. Ah, nee, wir müssen ja würfeln dafür, ne? Wir müssen ja würfeln, was wir machen können. Eine, zwei. Wäre hier. Nach unten müssen wir auch aufpassen hier. Ich habe mich ja wirklich die ganze Zeit nicht spoilern lassen wollen. Und jetzt habe ich durch Zufall bei Susan das Bild gesehen. Aber auch nicht ganz richtig, weil ich war dabei am Blumenwiesen. So richtig aufgepasst hatte ich da nicht. Das ist ganz gut. Ich habe nur den Ton mitgekriegt und weiß, dass es am Ende, was es so am Ende wird. So. Das war jetzt eine Zwei. Dann machen wir halt nochmal. Eine Eins. Die ist hier mittig drin. Hier nochmal eine Beule rausnehmen. Hier in der Mitte ist noch nicht weg. Das hat jetzt so einen Dreck gegeben, da muss ich nachher doch nochmal wischen. So, dann hatten wir zwei und eins, das heißt drei mehr machen wir dann jetzt auch nicht. KW, sieben, 28 haben wir die ganze Zeit geschrieben, ne? 28, drei sind 24. Und wir schreiben uns hier die drei auf, weil es kommt ja vorne gleich alles zusammen in einem Umschlag. Kommt, wir ziehen hier ein. Oh, die will ich nicht. Die will ich nicht. So, die müssen ein bisschen mehr versetzen, damit das auch alle sehen. dazwischen ist noch eins wir beginnen er liebt mich er liebt mich nicht er liebt mich er liebt mich nicht er liebt mich so nehmen wir den hier weg 5 euro dann darfst du da auch wieder rein kW 28 5 euro sind 6 und hier sind wir dann bei 8 13 das heißt wir haben noch einmal für die otter noch mal rubbeln eine 4 28 4 13 moment so das war nicht die post das war einer von der telekom also von den ganzen subs der zweite der heute schon geklingelt hat dem er einen telefonvertrag verkaufen möchte ganz schön lästig kennt ihr das also bei uns ist es halt jetzt so weil wir letzte woche sind wir erst das glasfaser haben sie irgendwann anfang des jahres jetzt verlegt gehabt jetzt bin ich ganz außer atem weil ich die treppen hoch musste rauf und runter wir müssen aber hier die 4 euro noch haben wir noch nicht aufgeschrieben 8 und sind zwölf das heißt wir haben nur noch einen euro übrig damit lässt sich glaube ich nicht groß was reißen hier ist kein euro bei nee dann tun wir den euro vorne in reserve dann kommen jetzt erst mal zwölf euro da rein wieder raus nee und seit einer woche jetzt wo wir in ferien waren ist wohl hier das aufgeschaltet worden in unserem viertel oder unserem straßenzug und jetzt ist es erst so dass wir ach hier kann ich gar nicht den euro groß zum verwahren hin packen dann tun wir den euro in mein geldmäppchen rein dann haben wir beim nächsten mal 51 und jetzt kloppen sich die ganzen subs darum wer die verträge kriegt und dann haben wir bald auch irgendwann endlich glasfaser dann dauert es auch nicht so lange wenn ich meine videos hochlade im moment braucht es noch stunden aber ich möchte natürlich auch nicht den erstbesten vertrag unterschreiben den sie mir aufschwatzen wir räumen ein bisschen hier auf wunderbar und dann darf ich mich verabschieden von euch wir sehen uns in zwei tagen bis dann tschüss jetzt 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 Vielen Dank.